Wir haben eine Dreiviertelstunde für diese Timelapse hingearbeitet, Bro. Nur damit fucking Mango einen Dreieck linksrum hinzimmert. Naja, ist easy, ist easy. Dann spiel ich Tic-Tac-Toe gegen Chat oder so. Ja, mach das, das ist witzig. Easy, Bro. Gegen Jules? Ich weiß nicht, ob er will. Scheiße, ja, komm, 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 ich schreib ihm. Lass Tic-Tac-Toe spielen. Papa Blatzer will Tic-Tac-Toe gegen dich. Bro, der ist Million. Ich bin verhältnismäßig drei Zuschauer. Nein, 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 nein. Oh, okay, ja, er hat einfach kurz seine geblinzelt und jetzt ist es plötzlich, dass wir fast wundern. Ja, das ist so krank. Ach so, die sind auf einem anderen Discord. Ah, jetzt check ich's. Ich dachte, er ist auf seinem eigenen. Okay, okay, check. Das tut mir leid, dass er jetzt so Stress hat. Ich hoffe, es ist in Ordnung. Oh mein Gott, warte mal, warte mal, warte mal, was passiert? Holy shit. Oh, yo, 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 Bro. Ey, sorry, das war ultra kompliziert. Tut mir leid, ich wusste nicht, dass es so Stress ist. Naja, das geht, was geht, was geht. Ich hoffe, es ist worth. Ja, ja, es ist worth. Naja, wie viele Zuschauer hast du? Acht Millionen? Ja, ja, ungefähr. Ganz kurze Frage, hast du wirklich das Technoblade-Dame gemacht? Ja, 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 wir haben das gemacht, wir haben das gemacht. Komplett? Ja, komplett. Wir haben versucht, das unten zu machen. Das hat Henry gemacht aus meiner Community. Äh, ehrehaft. Übelst geil, Mann. Und wir machen, wir wollten es eigentlich über Türkei machen, aber die waren zu stark. Wir hätten die verdient, aber die sind unmachbar. Ja, Bruder, da hatten wir keine Chance, sondern sind wir umgezogen. Äh, ja, 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 mach das Go rein, mach das Go rein, mach das Go rein, Chat. Go, 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 go. Okay, ja, schön, ist gut, aber so. Digga, ich bin Fanboy gerade im Chat. Mit Jules und Ulti in einem Channel. Fanboy-Moment. Warte, ich leg mal so ein Template drüber, dann. Ich glaube, die Leute sind nicht gewöhnt, dass ich so anders klinge mit dem Einreden bei den Videos und so. Ah, weil du so gechillter redest gerade? Ja, kann glaube ich sein. Direkt erstmal wegbahnen. Acht Jahre. Erster Permamann-Game, warum klingt so so komisch, ey. Okay, dann fangen wir an. Okay, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. Wir brauchen so diesesmäßige hier, roundabout. Ey, macht das schon, ihr macht das schon. Oh ja, das Tick-Tack-Tow-Film ist aber sehr gut geworden, Freunde. Ja, ja, ich würde auch funktionieren. Willst du X oder willst du Kreis haben, Jules? Äh, ich nehm X. Okay, nehm ich Kreis. Das ist schwerer, oder? Das ist kreisschwerer. Hä, wie? Achso, zu zeichnen meinst du? Ja, ja, ja. Achso, ich dachte, du weißt, ob es schwieriger ist, damit zu gewinnen, Bro. Bro, what the fuck. Ja, okay, dann nimm ich X, easy. Ey, ey, nicht spielen, Chat, nicht spielen. Ja, oder oder oder. Warum machen die da Kreuz? Mach die Kreuze weg, mach die Kreuze weg. Chat macht Team Zep-Chat, ey. Ich glaube, ich habe mir auch vorgestellt, dass es echt Leute sind, die nicht aus unserer Community sind, die da shit reinsetzen. Bro, ich glaube, ich glaube, das war nicht so smart, oder? Okay, wir müssen anfangen, wir müssen anfangen. Sag, wo du deinen X reinmachst. Okay, ich mach X, bitte. Okay, Chat, mach X, bitte. Jetzt bin ich gespannt, wie das X wird. Ich bin auch gespannt. Ich glaube, es wird einfach ausgefüllt, oder? Was dachte ich? Okay, schön. Nein, ich glaube, die kriegen das hin. Ich glaube, die kriegen das hin. Okay, ich würde sagen, jetzt bist du dran. Schön, 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 schön. Oh my God. Das ist wirklich das koordinativste, schwierigste, was wir jetzt machen. Alter. Aber das da drunter war machbar, ne? Ja, einfach Riesen-Techno-Blade. Sieht aus wie ein Kunstwerk, aber X. Ja, das war irgendwie einfacher, I don't know. Ja, wobei, du hast ja Templates. Bro, Chat, warum setzt die mir schon den Kreis? Was ist das? Was ist das für eine Scheiße? Ja, okay, ich nehme den Kreis rechts unten, I guess. Dann nehme ich den Kreis rechts unten. Ist das kacke, Bro. Ist das kacke. Aber es ist valid, kann man machen. Ich glaube, Ecke ist guter, guter Konter. Ich würde sagen, dann Chat. Der Kreis fühlt sich langsam. Warum ist er jetzt ein Dreieck? Warum ist er ein Dreieck? Chat. Chat, ihr rooty-Timelapse. Mach das weg, mach das weiß. Das ist kein PSV-Controller. Oh my God, ist das dumm. Warum kommt da noch ein Kreuz jetzt? Ja, FV-Nix-Mango macht das. Konzentriert euch, konzentriert euch jetzt erst die Timelapse. Ja, wir werden. Jo, du gewinnst gleich schon. Ich mache nichts. Ich glaube, Nojo, das ist andere Komite. Ja, im Chat sagt, FV-Nix-Mango macht das Dreieck. Ah, Gottlos. Weg damit, weg damit, weg damit. Schnell, schnell, schnell. Weg mit dem Schmutz. Macht es schön weiß, macht es schön weiß. Es sieht doch gut aus. Das ist ein guter Konter hier. Schön. Ein Monster. Ja, das ist ein Monster. Wir haben eine Dreiviertelstunde für diese Timelapse hingearbeitet, Bro. Nur damit, fucking Mango, ein Dreieck links rumhin zimmern. Egal, das war ein kurzer Ausrutsch. Okay, nicht schlimm, nicht schlimm. Haltet das kurz. Da würde ich sagen, Chat, aber trotzdem oben links ein X hin. Okay, kein Dreieck. Wenn ihr Kapazitäten habt. Oben rechts? Ja, oben links. Achso, oben links. Okay. Geiles X oben links. Ich glaube, das ist smart. Hey, das ist doch voll dumm, oder? Ist das nicht übelst dumm? Ich dachte, das ist doch gar nicht. Hey, ist das nicht wega scheiße? Warte, ey, ey, ey. Was du hättest machen können? Ey, ich spreche mit dem Professor und dem Titelator-Spieler, okay? Oh, Jules, was ist das? Man kann jetzt unten links und oben rechts was nix hin machen. Und dann kann man es verbinden, okay? Hört mich, nein, hör mir zu. Nein, nein. Haltet den Rest weiß. Der Chat, der Chat lobt mich auf jeden Fall auch. Also alle schreiben bei mir, das ist das dümmste, was er machen konnte. Ich würde. Ja, das ist aber Pro-Taktik. Erkennt halt noch keiner. Ich spiel lieber Schach. Ich glaube, ich würde links unten jetzt den Kreisreihe machen. Ist ja eh schon angefangen irgendwie. Ja, genau. Chat hat schon mal für mich vorgezeichnet. Einfach nachgeben so. Ja, ja, genau, genau. Okay, ja, dann muss ich ja unten Mitte. Oh nein, das wird ein Unentschieden, oder? Ja, ja. Das kann man doch jetzt schon toll, ne? Okay, okay. Unten Mitte, Chat? Unten Mitte. Ey, das gibt doch mehr Ressourcen. Kann man eigentlich direkt wiederholen danach, oder? Ja, wir können es nochmal nochmal machen. Wir können nur ein Rematch machen. Ja, ich bin dabei. Was kann man eigentlich nochmal spielen auf dem Canvas? Boah, Schach wäre krass. Iberhält ein Schach. Schach wäre so crazy. Ey, ja, ich sehe jetzt oben den Kreis. Oben Mitte den Kreis. Okay, was machst du? Du willst rechts oben X? Ja. Okay. Chat, Vorschläge, was kann man noch spielen? Schere, Stein, Papier, Bro. Für Jesus. Bro, wie soll das funktionieren, hä? Das macht nicht immer Sinn. Äh, links den Kreis. Macht links den Kreis und rechts das letzte X. Pia gewinnt ist actually strong, aber ich glaube, das ist schwer zu organisieren. Aber ich glaube, das ist schwer zu organisieren. Ich glaube, das ist ohne so Zweilie drin. Wer ist er? Bro. Digga. Ist das scheiße. Ne, Snakes, Bullshit. Monopoly, ja, Bro. Klar, Mann. Jo, Monopoly, erst mal eine Runde, Digga. Okay, Bro. Okay, aber Runde zu Ende gespielt. Ey, gute Runde, gute Runde. GGs, GGs. Chat, nein, warum schreibt ihr alle UNO? Wir werden mal UNO spielen. Bro, das macht keinen Sinn. Schiffe versenken macht auch keinen Sinn. Er sieht doch dann, was ich habe. Hä? Er sieht doch nicht, wo beide fucking Schiffe sind, Bro. Ja, wow, guter Call. Ich fände Benjamin Blümchen auch sehr fresh. Das hat mir auch überlegt, selber zu machen. Benjamin Blümchen fände ich übelst geil. Mit der Dings Argo-Brille, ne, Ski-Argo. Hä? Das ist nicht Benjamin Blümchen, Bruder. Das ist der Ottifant. Ah, stimmt. Digga, Jules, what the fuck, Alter? Nein! Digga, what? Nein! Jetzt drehen wir das nicht so. Was geht denn jetzt ab? Bro, ich deabonniere gleich. Was geht denn jetzt? Okay, Kevin, dann sag, wer ist rechts neben dem Butterkeks? Der Pombär? Hä? Und daneben, daneben, rechts hier daneben. Simsaler Grimm? Ja, okay, ja. So, wer ist das? Hä? Ja, wie das nicht so schwere Fragen sind. Digga, er wollte gerade erzählen, dass er hier, wenn er wie ein Blümchen ist. Ich schwör's euch. Was geht denn jetzt ab? Wir könnten eigentlich noch für die Animationen, könnten wir noch GG reinschreiben. Ich glaube, ist nicht bei Twitter dasselbe? Boah, das GG ist so unfassbar hässlich. Ich kann nicht mehr. Gutes Game, gutes Game. Boah, das war funny, Mann. Hey, Bro. Oh, da dipp ich wieder. Das war funny, Mann. Yo. Ey, ich danke fürs Vorbeigucken. Ey, gerne, Mann. Danke fürs Spiel. Wir haben Rekord geknackt. Ey, sehr, sehr geil. Ich hoffe, dass ich auch livestreame. Ey, sehr, sehr geil. Ey, Jungs, ich lieb eure Videos, Mann. No joke, macht weiter so. Richtig geil. Danke, Mann. Ey, Kuss, Kuss. Liebe zurück, Mann. Aus de raus. Ey, wenn das hier heute klippt, ich picke. Ey, Leute, das hier fände ich wie ein Blümchen, ne? Da liegt dran hier. Ja, aber weiß nicht, zu schätzen, Mann. Ey, ey, jetzt haben wir uns genug die Schweste gelutscht, Freunde. Ich wünsche euch einen wundervollen Tag. Ja, scheiß Wichser, hau ab. Haut da raus, ne? In dem Sinne. Ciao, ciao. Ey, du Wichser. Oh, man. Oh, man. Ey, chillige Jungs, Mann. Chillige Jungs.